Das kam heute Abend auf, enthüllt von BILD. Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic hat sich beim Berater von Hoffenheim-Stürmer André Kramaric gemeldet. Und damit wollen wir direkt anfangen, Mehmet. Kramaric, wer ist einer für Bayern? Er ist jetzt in einem Alter, wo er entscheiden muss. Er ist eigentlich im besten Fußballeralter, aber klar ist auch, wenn er kommen wird an Lewandowski, wird er nicht vorbeikommen. Andersrum ist es aber so, dass Kramaric auch auf den Außenbahnen spielen kann. Also er verbindet vieles, was der FC Bayern brauchen kann. Man hat ja auch jetzt gesehen, der andere Backup, Zirzi, ist noch ein bisschen unreif, unfertig. Also Lewandowski, den kann man sowieso nicht ersetzen, aber er wird es wahrscheinlich nicht werden. Würdest du sagen, man kann da wirklich an die 30, 40 Millionen rangehen oder ist das für ein Backup zu viel Geld? Denn das soll das sein, was Hoffenheim sich ganz grundsätzlich ungefähr vorstellt, ganz egal welcher Verein nachfragt. Es geht ja um die grundsätzlichen Ziele, die Bayern München hat. Und dann glaube ich, dass sie auch bei der Summe jetzt nicht erschrecken werden oder in Ohnmacht fallen werden, sondern sie suchen sich einen Spieler, der mit den Eigenschaften zu Bayern München passt. Er kann ja zum Beispiel auch hinter der Spitze spielen, wenn Müller mal eine Pause braucht und so. Ich glaube, da holt man viele Spieler in einem. Also das ist so ein Gesamtpaket, was eigentlich immer gut passt zu Bayern. Hat dich das überrascht, als du jetzt heute das erste Mal die beiden Namen in der Verbindung gehört hast? Erst Kramaric und Bayern München? Oder wäre das was, worauf man sogar schon hätte er kommen können? Ja, er hat sich ja jetzt, also er hat immer zuverlässig getroffen. Aber jetzt mit fünf Toren in zwei Spielen in die Bundesliga zu starten, dazu zwei noch gegen Bayern München. Da ist jeder Spieler im Fokus bei Bayern München, ganz sicher. Und noch diese vier Tore am letzten Spieltag gegen Dortmund, als er ja alle am Stück gemacht hat, schon der Wahnsinn. Was geht jetzt in so einem Spieler wie Kramaric vor, wenn er hört, Bayern hat angefragt, ich weiß aber, dass ich da kein Stammspieler wäre. Ist man da trotzdem gleich heiß, weil das klingt nach Titeln und nach ein bisschen mehr Geld? Ja, ich kann da nur von mir ausgehen, wie es bei mir damals war. Und ich habe mir als kleiner Junge Bayern München zugetraut mit 21 Jahren, wurde für verrückt erklärt. Und es war auch schwer, es war wirklich richtig schwer. Aber ich habe gesagt, Bayern München kommt nicht oft im Leben. Und wenn man es dort nicht schafft, kann man überall woanders wieder hingehen. Also ich glaube, wenn Bayern wirklich ernsthaft an ihn rantritt, dann ist es fast schon sicher, dass der Spieler auch sagen wird, okay, ich komme, auch mit dem Fahrrad. Das wird ja das Spannende in den nächsten Tagen sein, das zu beobachten. Wollen die Bayern ihn jetzt wirklich? War das nur so ein Tasten? Wollen sie möglicherweise sogar eine falsche Fährte legen, um in Wahrheit irgendwo ganz anders zuzuschlagen? Ich bin froh, dass du jetzt nicht gesagt hast, um einen Konkurrenten zu schwächen, also nach dem zweiten Spieltag. Ach, du meinst, dass Hoffenheim als Erster ist? Es wird doch immer gesagt, wenn Bayern dann irgendwo... Das wäre eine schnelle Reaktion. Ja, aber viel zu voreilig. Nee, ich glaube, es geht tatsächlich darum, deswegen war die Niederlage in Hoffenheim und dieses enge Spiel heute waren unglaublich wichtig, weil ganz neue Erkenntnisse aufgekommen sind. Also klar ist, man braucht einen anderen Backup für Lewandowski. Man weiß jetzt auch nach diesem Spiel heute, auf welchen Spieler kann ich mich verlassen. Dann hat sich zum Beispiel Lukas Hernandez heute rausgestochen. Das heißt, auf den kann man sich 100 Prozent verlassen. Heißt nicht, dass man sich auf die anderen nicht verlassen kann. Aber das sind Erkenntnisse, die kriegst du nicht beim 7-0 oder beim 8-0 gegen Schalke. Kriegst du diese Erkenntnisse nicht, die Bayern München jetzt gewonnen hat und dementsprechend reagieren wird. Am Ende kommen wir noch einmal kurz zum Ausgangspunkt zurück. Kramaric, jetzt hat sich Bayern-Trainer Flick beim ZDF geäußert, darauf angesprochen. Und er hat ihn sehr, sehr lobend erwähnt, kennt ihn schon länger und er hält ihn für einen der besten Stürmer letztendlich in der Bundesliga. Nachdem wir jetzt knapp eine gute halbe Stunde über alles gesprochen haben, könntest du dir immer noch vorstellen, dass er kommt? Wie lange haben wir noch Zeit? Bis Montag, glaube ich. Bis Montag. Bis Montag hat Bayern München noch Zeit. Also sie werden auf jeden Fall noch was tun, was. Also Kramaric würde total Sinn machen.